ich hoffe es ist gut wie spiel leute hey ich kann was bis gleich so leute okay dann würde ich sagen sind wir gleich in der runde oder jetzt sind wir gerade hier nicht zu viel ich will allein in ein team sie ganz hinten ins team 16 ja mach mich für dich wir sind alleine jemand will niemals will sie mich ich habe angst ja 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 lor und das über das problem denke ich muss hoch die kämpfen der abstauber moment so wollen wir sehen so sehen sie aus ich habe viel blöcke alter scheiße ok 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 so sehen sieger aus schalala so sehen die sieger aus und da wollen wir wieder in urlaub ja so schon gerne im schiefahren soll ich mich dazu durch ändern ich kann dir nichts gegen machen alter ok leute noch eine letzte runde bis gleich ich habe skill 4 ja er träumt von skill er träumt von einem skill er träumt davon da bin ich auch so froh macht sie die ag-name die leute dann bis gleich so sind wir jetzt wieder in unserer runde haben sofort ein diamanten helm bekommen jetzt hätte ich mich gefreut wenn die ags plate ja man ja mach es oder für gerade zug so sehen die sieger aus schalala ihr könnt nach hause gehen 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 geht er schrecken ich wusste es ich habe es gesehen er hatte was in der hand und hatte schlechte rüstungen so genau wegen diesem grund habe ich ihn auch gekühlt dafür brauchen wir uns jetzt auch ein rektion weiter sind die schock meines todes alter ich bin gerade am arsch oh mein gott ich bin so erschrocken alter fuck ich bin gerade wirklich so krass erschrocken wieso lasse ich mich auch so easy going erschrecken also das war so ich sehe so auf einmal so ein typen und ich bin patrick das ist das er hat patrick wahrscheinlich geheißen ja aber das hat so aufgeregt scheiße ich bin auch noch tot ich hätte ihn ja geholt war wie viel leben hatte dennoch ja nicht mehr viel auf jeden fall das hat mich jetzt so aufgeregt ja leute wie auch immer wenn euch dieses video gefallen hat dann würde ich mich freuen wenn einen daumen hoch da lasst und ja leute dann würde ich sagen haut rein und ciao